Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schokibadoki Daily. Hier auf unserem Kanal tägliches, unnützes Wissen für euch, eure Tagesdosisangeberin. Ja, ich bin der Sascha, der Christian. Korrekt. Und wir haben heute den 9. Oktober. Genau. Und am 9. Oktober hat Geburtstag John Lennon. John Lennon. John Lennon, geboren 1940 am 9. Oktober. Der war recht erfolgreich mit seiner Kapelle. Ja, der war eine ganz gute Band. Wie hießen die nochmal? Ach, die Beatle. Ja, irgendwie sowas in der Art. Nein, Spaß beiseite. John Lennon, ein ganz großer, der musikalischen Zunft. Imagine all the people. Oder Strawberry Fields Forever. Ich möchte das eher in Erinnerung halten, wenn John es singt. Danke, Sascha. Du wirst ja jetzt nicht sterben direkt. 9. Oktober 1955 um 16 Uhr beginnt die erste Ziehung der Lottozahlen 6 aus 49. Gezogen werden die Zahlen 13, 41, 3, 23, 12 und die 16. Gezogen werden die Zahlen von zwei Waisenmädchen. Diese Zusatzzahl gab es noch nicht damals. Es nehmen allerdings nur knapp 258.000 Scheine teil. Also nur 258.000 Scheine, das heißt ja nicht Leute. Manche Leute machen ja zwei Scheine oder so. Ja, ja. 258.000 Scheine wurden gespielt, ja. Keiner der Spieler tippt die sechs richtigen Zahlen. Aber die zwei Waisen, die haben es gezogen. Die haben es gezogen. Warum hat man ja zwei Waisen genommen? Wie bescheuert ist das denn? Also die haben dann so rumgewühlt oder was? Ja. Wie beim DFB-Pokal oder sowas. So genau, ja. Ja, rumgewühlt und dann haben die dann halt die Zahlen gezogen. Genau. Und dann haben die gesagt, pass mal auf, du willst jetzt, nimmst jetzt die 13. Also okay, die hier drei oder 13. Also die haben ja natürlich drei geplant. Genau, ja. Das war ja natürlich geplant, ist ja klar. Natürlich, natürlich war es geplant. Natürlich war es geplant. Natürlich war es geplant. War es geplant. Die wussten die Zahlen ja vorher. Richtig. Die hatten die Frage abgesprochen. Deswegen hat auch keiner gewonnen. Genau, die haben sich die 258.000 Scheine angeguckt und haben gesagt, okay, welche Zahlen sind die Zimmer? Ja, genau, haben erstmal ausgewertet. Die Zimmer. Ja, haben erstmal ausgewertet und dann gesagt, lass uns mal die Waisen machen. Da haben sie auch einen mit Excel dran gesetzt. Ja, genau. Das war 1955. Wann, wann, wie, wo? 1955. 1955, genau. Um 16 Uhr. Um 16 Uhr. Um 16 Uhr. Knaller. Dass die Leute es auch mitbekommen. Ja, natürlich. Weil sonst, sie sind ja, meistens sind ja bis 15 Uhr arbeiten. Ja. Zurzeit. Ja, das war der 9. Oktober. Ja, vielen Dank. Am 9. Oktober haben wir ganz viel Wissen rausgehauen, dass keine Sau braucht. Aber ihr wisst jetzt Bescheid. Ja, morgen am 10. Oktober sehen wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss, Leo, Miss Sophie. Tschüss. 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 Tschüss.